Hallo liebe Ankunftsfreunde, wie geht es euch wieder, euer Marek. Sorry, dass ich ein bisschen so müde aussehe, aber seit Tagen trainiere ich schon jeden Tag drei Stunden bei der Hitze, manchmal 39 Grad hier in Serbien. Und ich habe jetzt einen Ringer hier, weil in letzter Zeit kommen immer mehr Kampfsportler aus zu mir. Auch wenn manche am Anfang ein bisschen skeptisch sind, weil die noch nicht so mit Waffen trainiert haben. Danach sagen sie, das ist wirklich extrem, wie bei mir die Bodymechanik und diese Power und Dynamik trainiert wird. Und die sagen oft, dass sie das am nächsten Level bringt. Weil wenn ich mit den Waffen trainiere, ich zum Beispiel auch mit Stock oder einem Messer, ich zeige euch das auch kurz, trainiere ich genauso auch Waffenlos. Ja, alles was viel zu kompliziert ist. Und genau dasselbe, Waffenlos. Und hier bitte nicht so weit ausholen. Sobald du ausholst, ist der Gegner schon längst in dir drin. wird mit diesem Waffen drin. Das war jetzt schwer. Alles was viel zu kompliziert ist, kommt bei mir überhaupt nicht dazu. Morgen eigentlich haben wir eingepackt, dass ich frei habe. Unser freier Tag schaut so aus, dass wir zuerst in die Natur gehen, so 2-3 Stunden und danach gleich haben Schießplatz. Er macht nicht bei diesem neuen Teil oder bei diesem neuen Kurs mit, wo man drei Tage trainiert, zwei Tage Schießausbildung mit einem Profi. Er ist für zwei Wochen da und an einem Tag, wo er frei hat, weil auch das muss sein, sonst würde er das nicht durchhalten, gehen wir auf den Schießplatz. Da kann er verschiedene Waffen von Pistole bis zu Kalaschnikow, Shotgun, Sniper, alles mögliche ausprobieren und nächstes Jahr kommt er sicher auch mit seinem Vater und macht er auch bei dieser Schießausbildung, Taktikoshooting und so weiter macht er auch mit. Im heutigen Video geht es um die Pistoleentwaffnung. Das da ist eine Trainingswaffe, das war Nachmacher von der CZ-2, nicht echt, natürlich nicht auf der Terrasse mit echter Waffe hantieren. Und es geht um die Entwaffnungen. Er hat heute, heute haben wir das erste Messertraining gehabt. Wir trainieren zuerst vier Tage mit dem Stock. Jede Technik, die ich mit dem Stock trainiere, machen wir gleich auf Waffen los, dass er besser checkt, was eigentlich dahinter ist, wie viel Power sich dahinter verbergt. Heute haben wir auch mit Messertraining und da hat er auch gesehen, dass die meisten Sachen nicht einfach funktionieren. Weil oft, wenn mir auch die Schüler hierher kommen, kommen wir mit irgendwelchen Techniken, was sie irgendwo gesehen haben oder in irgendeiner Schule oder bei Seminaren oder wie auch immer. Und dann, wenn ich ihn attackiere und wenn ich zeige, wenn man bei einem Messerangriff zum Beispiel, wenn man zusteht und die konzentrieren sich nur auf diese Messerhand und vergessen diese linke Hand, was bei mir immer, egal ob mit Stock oder Messertraining ist, die linke Hand ist sehr, sehr wichtig. Das ist die, was pusht, die, was tippt, die, was zieht. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann, wenn man das beherrscht und man aus diesem Traum aufwacht und sieht, aha, okay, dann der Angreifer steht sicher, nicht da und wartet, bis du ihn entwaffnest, sonst hast du schon mehr Schläge in der Fresse. Sorry für den Ausdruck, dann schaut das schon wieder ganz anders aus, vor allem, wenn man richtiger Druck ausübt, ja. Und das selber mit der Pistole, weil dieser Instruktor, der euch trainiert, ja, das ist mein bester Freund hier und ich trainiere auch mit ihm, ich trainiere auch mit anderen Soldaten auch, ja. Und dass solche Sachen und diese Entwaffnungen, die meisten würden nicht funktionieren, bei einem vor allem, der sich auskennt, ja. Selbstverständlich bei irgendeinem Vollpfosten kann es schon funktionieren, wenn sie in der Tankstelle über die Theke lehnt, so gut, dass er nicht gerade umfällt, ja. Dann kannst du vielleicht eventuell was machen. Aber in diesem Video zum Beispiel, was ich dir heute zeige, ist es schief gelaufen, ja. Und deshalb ist es wichtig, materielle Dinge, die kannst du verschmerzen, das kannst du dir neu kaufen. Dein Leben kannst du dir nicht neu kaufen. Egal, ob das Messer ist, egal, ob das die Pistole ist. Wenn er dich nicht sofort tötet oder töten will, ja, dann bitte gib ihm das alles, ja. Und spiel nicht so einen Helden, weil dieser Held kann jetzt nur noch den Helden auf dem Friedhof spielen oder wahrscheinlich in der anderen Welt oder wie auch immer, ja. Wirklich, das ist der Wahnsinn, weil man vergisst oft, so wie in diesem Video, dass der zweite dazu kommen kann. Egal, ob draußen auf der Straße auch, wo keine Waffen dabei sind, da rede ich schon gar nicht, wenn Messer oder Pistolen dabei sind. Beide waren hier die Angreifer bewaffnet, ja. Das heißt, wenn wir uns jetzt das Video anschauen, ich kann das wieder nicht ganz, ganz zeigen, könnt ihr euch dann wieder den Link. Man sieht, da sind irgendwelche zwei Tüten stehen geblieben auf der Straße, so um die Ecke haben es geparkt. Einer wartet im Auto und der andere versteckt sich, versteckt sich so um die Ecke, hier um die Ecke und wartet, bis da irgendein Typ rauskommt. Wahrscheinlich wollten sie ihn nur berauben, ja. Da sieht man, er schaut und dann sofort geht er um die Ecke und sofort hält er die Pistole in den beiden Händen. Das heißt, nicht so diese Gangster Bullshit-Style, sondern er hält die Waffe. Wahrscheinlich hat schon ein bisschen Erfahrung, ja. So, jetzt kommt er zu ihm. Die ganze Zeit hat er ausgestreckte Pistole. Er sagt ihm, dass er irgendeine Tasche streckte ihn da aus. Er soll ihm alles geben, es ist wahrscheinlich, was er hat. Das wäre die beste Lösung, was er machen könnte. Leider macht er etwas falsch. Da kann man sehen, er hat die Tasche genommen, dann hält er die Pistole mit einer Hand, lässt er fallen und dann hat er aber wieder die Pistole in den beiden Händen. Und dann, dann kann man sehen, dass er ihm, ich glaube, halt wie Handy ausgeschaut, dass er im Handy gibt, er nimmt dann, hält er die Pistole nur mit einer Hand, nimmt das Handy und er versucht, das Opfer versucht, auf die Pistole zu greifen, ja. Dann passiert folgendes, sorry, der Hund war gerade da. Dann war folgendes, der macht so Druck, das Opfer macht Druck nach vorne und der andere wird so quasi die Pistole befreien. Die kämpfen miteinander, machen so Druck nach vorne und dann passiert ein großer Fehler. Das Opfer stürzt, der Aggreifer, der Aggressor steht über ihm, ja. Die versuchen irgendwie um die Waffe, Waffe zu ringen, vielleicht würde da auch passieren, dass er ihn entwaffnet, ja. Bis das zweite, bis der zweite Aggressor dazukommt. Da kann man sehen, das Opfer ist ganze Zeit am Boden, der mit dem weißen T-Shirt oder weißen Pulli, der hat so quasi die Überhand, ja. Da sieht man, wie die kämpfen und dann von links kommt der andere Typ, der hat auch eine Waffe in der Hand, ja. Der schießt nicht, er schaut zuerst einmal, streckt immer mal die Pistole, Pistole zum Kopf, ja. Und dann sieht man hier, er hat sich befreit, schießt einmal, dann nimmt er irgendwas, ich glaube das Handy oder irgendwas nimmt er raus, dann schießt er zweimal, dann schaut er irgendwas in dem Handy, ja. Und dann schießt er noch mal, in der Zwischenzeit läuft ein Volltrottelfreund weg, ja. Und das Ganze wegen Handy, ja. Nicht einmal wenn ich Millionen Dollar bei mir hätte, würde ich riskieren, weil dein Leben kannst du nicht neu kaufen. Das ist einfach vorbei. Das ist auch, ist ein bisschen blöder Vergleich, aber auch wenn du dein ganzes Leben nur jammelst und andere schuldig machst für einige Unfähigkeit, dass du im Leben nirgends schaffst das, was du gerne hättest und ein Leben lang arbeitest für jemanden, der dich jeden Tag nur sequiert, matträtiert und so, ist das auch dein Fehler, ist das auch etwas, was du anders machen könntest, ja. Ich weiß, es ist ein bisschen ein blöder Vergleich, aber da auch, du kannst das, da hast du, da hast du dein Scheiß Handy, da hast du Geld per se, Schlüssel von Auto, alles, ja. Das kannst du ersetzen, dein Leben kannst nicht ersetzen. Dieser zweite Vergleich, was ich gesagt habe, das meine ich, dass irgendwann dein Leben vorbei ist und du hast nicht gelebt, dann merkst du vielleicht mit 60, 70, ach scheiße, ich habe gar nicht gelebt, dann hast du auch kein zweites Leben, nochmal das Ganze durchzuleben und besser zu machen. Wenn du etwas besser machen willst, dann musst du es gleich machen oder in der nahen Zukunft und nicht irgendwann in 30 Jahren warten, bis die Pension kommt, ja. Und dieser Typ, ja, auch, das hätte alles nicht sein müssen. Und bitte auch ihr in der Schule, bei eurer Schule, bei euren, keine Ahnung, wo ihr trainiert, wo ihr unterrichtet werdet, passt bitte darauf auf, wenn sich euer Instruktor oder euer Lehrer die ganze Zeit konzentriert auf irgendwelche super Entwaffnungen, ja. Vor allem auch mit dem Messer, ja. Weil mit der Waffe ist das noch in Deutschland nicht so häufig wie die Messerangriffe, ja. In Amerika laufen alle mit den Waffen herum, um die Schusswaffen, aber Messer ist auch sehr, sehr, sehr gefährlich, ja. Und auch irgendwie der Hemmung zuzustechen, finde ich mit dem Messer leichter, wie die Pistole abzudrücken, ja. Und deshalb, Leute, auch wenn euch der Lehrer zeigt, irgendwelche super Sachen, wie du entwaffnest und so, und da stehst du auch hier oder irgendwelche dummen Hebeln, wie eine 50-jährige Frau, 50 Kilo schwere Frau, einen 100 Kilo schweren Mann hebeln soll und so, das ist quasi die Verteidigung von Vergewaltigung. Und dann die ganze Pistole, bum, 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 bum. Und dann stehst du da und hast den super Entwaffnet. Bei irgen, ich sage nicht, dass es nicht geht, es gibt auch so paar Videos, wo man wirklich Entwaffnen kann, ja. Aber das ist eher Seltenheit. Wenn dich jemand wirklich töten will, dann hält er dich auf die Distanz. Zweitens, siehst du das selber, vielleicht, wenn der zweite nicht dazu gekommen wäre, vielleicht, ja, wäre es anders ausgegangen. Aber du musst immer damit rechnen, auch auf der Straße, musst du immer darauf achten, wer steht neben dir. Wenn du da ein Aggressor hast, einen daneben, dann konzentriere dich nicht nur auf den Aggressor da vorne, sondern bum, auch den daneben musst du abschalten, ausschalten und sogar schneller als den davor, sonst kannst du schneller einen Schlag von der Seite kriegen, als dir lieb wäre, ja. Deshalb passt hier bitte, Leute, auf euch auf, lasst euch nicht für dumm verkaufen bei den ganzen Heroes, die da unterrichten mit Schusswaffen, ja, was heißt Schusswaffen, die unterrichten mit Gummiewaffen, ja, hatte noch nie eine richtige Waffe in der Hand gehalten und nie geschossen, nie während des Laufens Magazin gewechselt, bum, bum, und auch verschiedene Ziele geschossen und so weiter und so fort. Aber er werde zeigen, wie es geht, weil er ist ein super Instruktor, ja, und mit dem Messer bete, ja. Bitte, passt auf euch auf, bleibt stark und ich freue mich auf alle, die hier zu sehen und bei mir zum Training kommen. Ende August habt ihr noch ein paar Termine frei, aber jetzt sind drei dabei, die, wo ich auf die Antwort warte, das heißt, muss sie schnell sein und September und Oktober könnte man was noch reinschieben, wer noch dabei sein möchte, ich wünsche euch alles Gute, ich muss mich ein bisschen ausruhen, weil morgen geht es wieder mit Training weiter. Ciao golde Marc! .